Wir haben den 4.10.2022 Hier ist jetzt gerade das Viable gekommen. Das wenig war hier hinten noch. Es schmeckt aus wie ein Kleiderwaschmittel. Die Spaltern sind auch schön. Jetzt kommen sie nicht mehr so in die Nähe. Wie den letzten 7 Tage. Ich frage mich wo der Phönix ist. Ich glaube das ist das Männliche wo man da gehört. Das ist das Männliche wo man da kommt. Das ist ein relativ weit, aber die Mischung von 100 Meter. Das Stufe Wiese, das Stufe Wiese, das Stufe Wiese runterfahren, ja runterfliegen, ich glaube das ist ein... Ich weiss nicht, dass ich den Oberpfund ausschüttet wie der Fünge, aber der Fünge stönt nicht mehr so. Das Tönt eher nach dem Grünfink eigentlich. Das Stufe Wiese runterfliegen, das ist eher... Das ist eher die Grünfink, als ich weiß. Höflich unten durchführen, mal wei. Das ist einfach nix. Jetzt ist genau 9 Uhr, wir haben die 4.10.2022. Anhaltung. Das Warmth ist einfach so nicht einiges.